Musik Yo, servus Leute, hier ist mir der Tobi Und ähm, ja, was soll ich sagen Heute gibt es wieder eine Runde Black Ops Ähm, live natürlich Ähm, ja Es gibt ja fast nur Keine Live Commentaries, wenn neue Mapbacks rauskommen Und dann halt so gelegentlich mal ein, zwei Videos zwischendrin Ich meine, das stört euch ja jetzt nicht, hoffe ich mal Und, yo Gut, dann würde ich sagen Ne, das war's falsche Ähm, COD-Karte wollen wir nicht, wir wollen Uns ein Team-Deathmatch suchen Ähm, Spiel mit Abschuss-Sand-Angriffselikopter-Yui-Hunde Ähm, denke mal Kommando-Duel-Max Spielen wir jetzt mal Oh, ich wäre für Kowloon Also, Kowloon wäre jetzt cool Kowloon wäre jetzt richtig cool Kowloon, Kowloon, Kowloon Das dauert noch ein paar Sekunden, bis es hier losgeht Ich kann euch hier in der Zeit nochmal die Klasse zeigen Mit der ich jetzt spiele Mit dieser hier Hardline-Flinkheit-Hacker Und, ja Boah, ne, echt, ne? Ich wäre jetzt echt für Kowloon Muss ich ganz ehrlich sagen Ja So Sieht ganz danach aus So, ja Das können wir jetzt Gerade nicht akzeptieren Ähm, wenn hier Jetzt nicht Kowloon kommen würde Das kann ich nicht akzeptieren Aber es kommt ja Kowloon Also Sehe ich das ein Und, ja Kowloon-Team-Deathmatch Bam, bam, bam Jo Ich kriege die Abschlusssehnein eh nicht Deshalb setze ich sie so hoch Und, ja Dann losern wir doch mal ab Nein, mit dem Einstehen Dann dürfen wir nicht reingehen Also Das Ziel ist Ja, eine Eindertquote muss immer das Ziel sein Und so Zweierquoten mäßig Ja, komm, wir mal schauen Was sich da so reißen lässt So Und, ja Wie gesagt Wir nehmen die Kommando-Klasse Ähm, ja Okay Dann machen wir das mal Los geht es Macht alle Niedersachen nieder Das werden wir tun Alle Niedersachen nieder machen So Wir gehen mal hier außen rum Okowloon habe ich jetzt noch gar nicht allzu oft gespielt, ey Muss ich mal ehrlich sagen Dann gehen wir mal hier rum Ja, was will er denn da unten, was will er denn da unten Boah Junge Das war jetzt aber mal Ein ganz knappes Ding so Laufen wir mal mit Klemow durch die Kante Tun die da mal dahin Weiß nicht, ob wir den Bereich hier mal so absichern können Ich nenne es nicht campen Ich nenne es, ähm Kontrolliertes abwarten Achtung Feindlich um zwei Ok Ja, schöne Chinesische Musik Hier drin ist einer Die laufen nebeneinander Keiner von unserem Team und der Sind die ein bisschen Plemplem oder was Ja, es ist Nein Och Mann Ja, da geht er schon hoch Geh ich hier lang Gucken wir mal, ob wir hier einen finden Ne Nee Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig Chillen wir uns mal Bäm Oh nein Ey, da sitzt er da an seiner Ecke Das kann es doch nicht sein Ey, ehrlich mal Da sitzt er einfach nur da rum Und Och, ey Was soll das? Kann ich ja nicht akzeptieren, ey Das kann ich nicht akzeptieren So, da geht es auch noch nicht Ja Ja Du bist so schlau gewesen Wärst, wirst du auch unten rumgegangen Aber er ist ja Nicht so schlau anscheinend Sicher mich mal von hier hinten Hab die Gegend so ein E2 Oh Oh Oh, hier ist ja kein Chance, ey Das können sie Nein, 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 nein Ja Mein Kollege Sie haben die Ausrüstung zerstört Kämpft mit Boah, ich verdrück mich, ey Ich lass den mal da oben alleine Verbündete Fernlinkladung unterwegs Boah, ich hätte mir nur so einen Kasten Dann bin ich eiskalt vorbeigelaufen, ne Der ist da oben Ich weiß das Das ist im Urin Hier Hinten war er doch, oder? Wusste ich's Oh Ich hätte ihn auch genommen, ne So ist er nicht Achso Da war es vorbei So Mein Freund So Oh, wenn wir kurz machen So Juri wäre natürlich jetzt was Feines Ja komm Mit Campen wirst du kein Juri kriegen Ich sterbe zwar jetzt eh, aber Ganz egal Ich will jetzt hier ein bisschen was riskieren Ich muss was riskieren Halt da oben Nein Nein Boah Okay, das war fies Das war fies Das war fies Hier, mich mit der Endfield abgezogen hat, ey Ja gut Ja, der Tommy Mein treuer Hund und Helfer Äh, der Hört gerade draußen was Ich glaub, der muss auch gleich rausgehen Der muss auch gleich rausgehen Nein Nein, ich bin doch so blöd, ey Wieso messe ich den denn auch nicht Ey, wieso messe ich den auch nicht Ja, jetzt kacke ich so ab Jetzt kacke ich ab Jetzt kacke ich ab Okay Oh Ganz viele Ganz, ganz viele Nicht ganz viele, aber da waren wir Äh, boah Ey, wenn ich wüsste, wo's hier lang geht auf der Karte Mit dem Navigieren hier Ist immer ein bisschen Die konzentrieren sich Und auf den, wenn sie noch hier sind Ja, ey Das gibt's nicht jetzt Von dem 10-3 auf dem 10-7, ey So geil So geil Ja, und dann Second Chance Das fehlt mir auch noch, ey Das fehlt mir gerade auch noch Ey, genau Ist richtig, Mann Ist richtig Nein, Grenade Fail Boah Boah, boah, boah Ja Der wird jetzt bestimmt dumm geguckt haben Oh, ey Ey, meine Grenade Fail Meine Grenade Fail Sind so geil, ey Wisst du das? Das geht ja mal gar nicht Rein Verbündete U2 unterwegs Oh, ey Oh, jetzt hab ich nur noch ein 13 zu 10, ey Ganz ehrlich Oh, und dann sitzt er hinter dem Fass Guckt euch das doch an Mit AKU sitzt er dahinter Und freut sich Dass er mich kriegt, ey Das ist doch jetzt nicht wahr Du da oben Dich hol ich da raus, ey Dich hol ich da raus Egal wie Aber du gehst da oben raus Nein Ist immer doof, wenn wieder rauszugehen Wenn ich weiß, dass er ein Gegner ist Es ist doch Es ist so geil, Jungs Es ist so geil Wir gewinnen diesen Kampf Nicht aufgeben Boah, boah, boah Ganz ruhig, ganz ruhig Da kommt keiner Oh, ey Geh du doch da weg, ey Geh du doch da weg Nein Oh, wisst ihr, was ich jetzt mach, ey Das mach ich jetzt Jetzt wird eiskalt mit der Seilbahn gefahren Nein Das wird Zeig mir das Ja, er Er ballert einfach mal so rum Ey, das ist Das ist doch nicht normal Ja, jetzt hab ich nur Ein 14, 13 Das kannst du vergessen, ey Ehrlich mal Junge, Junge, Junge Das regt mich übel auf Das regt mich übel auf So Mann, ey Hier kommen wir von rechts Nein, zu zweit, ey Ja, Farmers Oh, nein Ja, Jungs Das war eine Runde live Black Ops Ähm Auf Kowloon Ja, können wir weg Man so sieht die Final Killcam aus Mit der Farmers Naja Und Schall der Empfang Ja, äh Erster mit einem Score Letzten Endes von 15 zu 14 Und ja Ich verabschiede mich damit von euch Ähm Und ja Das war's Auf Wiedersehen Tschö